Der Abschied von Albert Mayer bei Bares Ferrares sorgte für Tränen. Moderator Horst Lichter vermisst seinen geschätzten Kollegen und bedauert den Verlust für die Show bis heute. Horst Lichter brach bei Bares Ferrares Abschied in Tränen aus. Es war ein Schock für die treuen Bares Ferrares Zuschauer, als im Juli 2023 bekannt wurde, dass nach Händler Ludwig Luki Hufmeier, 82, nun auch Experte Albert Mayer, 74, aus der ZDF-Show aussteigen würde. Immerhin war der Kunst- und Antiquitätenhändler seit der ersten Staffel dabei und konnte den Zuschauern mit seiner Expertise schon das ein oder andere Detail über antike Kunst sowie Möbel und ihren historischen Hintergrund beibringen. Sein Ausstieg bedeutete einen großen Verlust für das ganze Format. In seiner letzten Folge, die am 9. Juli ausgestrahlt wurde, flossen deshalb so einige Tränen, insbesondere bei Bares Ferrares Moderator Horst Lichter, 61. Obwohl Mayer seinen Rückzug aus der Öffentlichkeit bereits im Jahr zuvor angedeutet hatte, wurde seine letzte Ausgabe nie offiziell angekündigt. Im Interview mit dem Kölner Express packte Horst Lichter nun weitere Details zum schockierenden Ausstieg seines geschätzten Kollegen aus. Ich vermisse ihn sehr, angesprochen auf das Show aus von Albert Mayer gestand Horst Lichter. Wir haben zehn Jahre gemeinsam gearbeitet. Das ist immer zwiespältig. Auf der einen Seite vermisse ich ihn sehr, weil das auch eine Freundschaft geworden ist. Ich habe seine Meinungen immer geschätzt und mag ihn außerordentlich gerne als Menschen. Man darf nicht vergessen, der Mann ist schon über siebzigste. Da sei es ihm auch vergönnt, wenn er seinem Hobby nicht mehr so in der Öffentlichkeit nachgeht. Als Grund für seinen Ausstieg gab der Kunst- und Antiquitäten-Experte damals an, altersbedingt in den Ruhestand gehen zu wollen. Der 14 Jahre jüngere Lichter hingegen könne noch lange nicht ans Aufhören denken. In dem Moment, in dem ich merke, ich habe nicht mehr die Lust oder es wird zur Belastung, dann höre ich auf. Aber noch bin ich zu jung dafür. Und außerdem macht es mir zu viel Freude, stellte der Moderator klar. Immerhin ein kleiner Trost für die Bares für Rares-Fans. Untertitelung des ZDF für funk, 2017